ja die machen die machen 3w 20 schadenspunkte dass ich mich paralysiert habe denn nicht ausgewichen sei froh dass das gegenein gewonnen hast 25 damit lebt sie noch wie viel haben die denn so die trollzucker 40 irgendwie so gut wir haben den ja rüstung gekauft dass ich schätze du wirst so 20 18 schaden irgendwas und den dreh abgekriegt haben zwei wunden kann man noch bei diesen tentakel zwei stück haben die zwei stück haben hier noch und hunger du hast noch einen tentakel der zweite saugt raus raus rauscht an dir vorbei beziehungsweise würde ich auch gerne abflegen wollen trage track darf mal gegen halten auf ihm würfel mal vertrag einfach ein wie 20 u16 dürftest das sogar trotzdem gewinnen ja das problem also muss gerade mal schauen wenn auf die 20 angreifen die tentakel werden vermutlich keine krassen werte haben haben sie auch nicht ich guck gerade mal ich hatte ja zwei stücke worfen der eine war gut der andere war nicht so gut wo war denn der 2w 20 die ich gewöhnt hatte achso die 11 und die 15 immer einer gegenhalten weil wenn der andere nicht trifft ja dann gebe ich dir auch 3w 20 halbiert für track dann hast du das gegenhalten gewonnen du darfst auch wieder den deine 3w 6 plus 8 würfeln oder plus 9 er hat ist ein kräftiger jung 21 23 gegen den zweiten tentakel und ronga darf mit seinem eisschwert muss nicht gegenhalten track hat gegen gehalten das heißt track wird auch so ein bisschen rumgefegt und landet auf der anderen seite in dem perfektierten omeria in so einer kleinen gruppe die sich da gerade gesammelt hat und aus dem schiff noch ausgeströmt ist aber ronga nimmt die gelegenheit und mit seinem eisschwert den tentakel zartag kiel den track schon angekratzt hat und hoffentlich am ende zu setzen ist der angriff darauf irgendwie modifiziert wo ich mache nur 22 halbiert sind elf schaden für track der ist also rüstung das ist ja nicht mal eine wunde das problem ist dass du jetzt halt in den in den homerian liegst ne das stört track nicht ronga du darfst noch schaden machen ja ich gehe an machen wir einen wucht lag von vier mit rein das ist gelungen wuchtschlag 41 wird verdoppelt weil dafür hatte ich k7 ausgestattet 30 das reicht zusammen mit dem wuchtschlag von track ist der tentakel ab das bein ich habe noch einen zweiten keine sorge bolt tags und aschirot sind weg ja du stehst jetzt oben sie ist wie der eine trollzucker weniger und weniger geworden sind möchtest du neues loch dir schaffen oder wie hättest du es gerne aber mir ja ich würde gern dritt unter mir es ist ein lebensgewebe oder es ist ja kein todes gewebe also die die holzhaut sieht sehr krank aus ja aber du siehst also sie pulsieren und auch das blaue unwasser was dadurch fließt auf der innenseite das ist lebensgewebe dann würde ich sagen ich würde einen zauberwerk und zwar lebensgefriere eine abwandlung des spruches kris kantos warmes gefrierer ist eine plus 6 schwierig schweigt und er drückt direkten schaden auf lebensgewebe aus ich suche einmal plus 6 probe auf den warmes gefrierer er holt er die ganzen neuen zauber raus letzten drücker jetzt zählt so was gelungen und er wurde jetzt kein lebensgewebe anfrieren was beim opter direkt schaden von 3w6 schadensmunkte ausrichtet und folgeschaden aber die von aus dass ich der muss noch ein brenner so muss ding dann gehen wir mal die 3w6 die werden natürlich verdoppelt du siehst wie das blaue unwasser adern blut oder die flüssigkeit die unflüssigkeit langsamer wird langsamer kristalle ausbildet die haut wird härter erstarrt bildet auch wieder raureif aus und dann ist zumindest in dem bereich wo du hast gefrieren lassen gar nichts mehr los wie dick ist denn diese diese deck oberschicht nennen was jetzt mal bei kosten 6 afb pro kubikmeter ja einen halben kubik vielleicht also ich muss mal einen einkubik als ich aus berichten ist halt eine dicke bockenhaut na also schon am tic aber ich werde das alle reinpassen wie das sind zwar macht von meter groß loch erscheinen und dann reicht damit du müsstest jetzt mit einem start noch einmal drauf schlagen weil aktuell ist es nur eine gefrorene oberfläche dann muss ich ja mal und kann ich mal sehen wie drauf ja schon mit gewalt kann ja nur in flüssen dann springst du einmal auf die oberfläche drauf einmal eingebrochen und springt dann hoch in luft und das mit aller gewalt auf die eislöche drauf und sie platzt nach unten ein du siehst ja das ist wohl wieder so ein sehr dünner aderngang hat wohl gerade ein mensch platz das ist nicht so ausgeformt wie damals bei der gezeiten spinne oder eben noch größer bei der plagenbringer oder städte aus der tiefe also das ist ein sehr dünner enger schleimiger gang im inneren ist es natürlich auch nicht gefroren sondern geht der der wahnsinn weiter siehst du wieder wie archenkäfer herum krabbeln im inneren und versuchen jetzt auch dieses gefrorene stück wieder zuzug leisten mit irgendwelchem saft aus den mündern aus den fresswerkzeugen und ein weitere wolke wabert nach oben würfeln mal bitte eine konstitutionsprobe vier hohe heute habt ihr es aber mit euren proben ja du wirkst vielleicht ein bisschen schluckst es dann aber runter hält sie dann saum vor den mund und könntest wenn du jetzt nach innen springen hier rein freunde hier geht es lang und sprich mal runter du bist der erste der unten ist stierkopf schamana ist nach oben ronga darf rein springen bolt access versteinert track liegt unten und aschiroth liegt unten mit weiß ich nicht gebrochenen fuß oder so ja bolt access verloren da wurde 25 meter weit weg geschleudert ist leider tot aber dem wird irgendwann anders nachgetrauert ronga springt hinterher ronga springt hinterher ist aschiroth raus oder kann sie noch an der solchen bringer hochklettern da du darfst noch weitermachen du hast nur zwei wunden du hast auch noch lebenspunkte du stehst nur einfach oben nicht drauf also da müsstest du kannst auch klettern klettern ist kein problem du kannst auch durch das baul ins innere klettern oder auf der rückseite da ist ja ein loch auch reingebrannt okay ich glaube also sie hat gar nicht so richtig gecheckt wo jetzt boltax hin ist und vermutet den eigentlich nach oben deswegen möchte sie auch nach oben zwergenförmiges loch ja also klettern musst du nicht würfeln du bist der treuzer karen klettern ist kein problem dauert halt raffin du siehst wie der schutzschuh im hafen nach unten abgesenkt wird das war vermutlich kein befehl von serpentilio irgendein andere dämonen beschwörer den die anderen da höchstwahrscheinlich an bord haben und so weit der ulchuchu entfernt ist die segel waren noch auf vollmast gesetzt siehst du wie sich die anderen 50 schiffe wieder auf deinen hafen zu bewegen die sankt borbarat ist tatsächlich raus und sobald die schiffe sich wieder bewegen können nein die dann gewissermaßen ineinander oder nur teilweise oder gibt es da keine probleme die die waren ja die waren ja eben sie müssen jetzt wieder ihre ihre bewegung aufbauen ihre schiffe oder es war ja alles auf vollzeug gesetzt aber die müssen jetzt nach und nach am hafen irgendwie an landen und das ist jetzt sicherlich ein kleines problem zumindest wird die schande von mike ist dann ganz vorne sein das ist ja das was euch damals kaputt gemacht hat und die anderen triereben die taluken die setzen dann nach und nach aneinander an das wird alles sehr lange dauern aber es strömen viele viele weitere piraten dann in den hafen in vielen weiteren kampfrunden die da folgen rafim ich nehme an ich habe ja meine wirklichen elite truppen habe ich noch zurückgehalten also meine zehn basaltheuste sind auch bei mir und packen parkour geweihter denn die anderen sind in der stadt und meine gute karten gerade gute frage ich würde erst mal den befehl geben auf die liegenden schiffe zu schießen also wenn die anlegen wollen dann würde ich die natürlich behaken weil wenn die sich da so präsentieren dann schießen wir natürlich auch mit geschützten rein vor allem wenn ich mir auf die solchen bringen erschießen das war die frage genau die seuchenbringerin lässt du dann liegen das jetzt helden die sehen wir nicht mehr so optimiert wie genau die ist eingebrochen genau du also das gut das gut dass sie klettert nicht mehr ins innere dieses dieses marktplatz ist das ist halt eben besonders wichtig die zornbrechser denn die hier noch sind ich bin bereit mich von denen zu treten habe ich mir genau das schweren herzens genau die sollen hier und da unterstützen ich würde aber auch vermutlich aber werde ja hier soldaten passiert haben als wenn die da einfach runter rennen wenn die doch abgeschossen werden oder nicht hier ist ja ein turm ja da ist ein turm da sind auch geschütze du hast ja hier auch dann also überall wo du deine fallen gesetzt hast da wirst du dann auch den einen oder anderen also viel hast du halt nicht aber ja auch die die zornbrechter die die wachen männer du hast ja deine was sind die zornbrechter hier machen das einfach mal ganz einfach so die hälfte der zornbrechter soll da laufen und die andere hälfte der zornbrechter soll hier unterstützen gut vermutlich auch fernkampfwaffen habe ich sonst in die häuser verschanzen ja ja du stehst da oben auf dem turm vielleicht eine zigarre im mund wie diamant ist es getan hätte und kannst dann auch hören wie lord nagab der dritte von hinten auf dich zutritt und an seiner seite siehst du dann wohl noch 56 andere zornbrechter ihr habt also meine leute in der stadt verteilt ja wir werden die straßen halten müssen sie sind schneller vorgedrungen als wir geplant haben ich hatte nicht mit den geistern gerechnet wir haben noch ein anderes ass in der hinterhand wir sind alle anfahrene und wissen wie wir unsere trümpfe spielen ja was habt ihr vor seht aufs meer von süden außer land verkommt ja möchte ich mal aufs meer blicken was hat ihr denn jetzt in euch dahinter du blickst auf schiffe hochklassigste qualität die du so ja sehen könnt und was dich ein bisschen verwundert ist das wappen sagt ihr nicht das ist kein alan farnische schwarz und gold das ist nur rot ist das ein tor tor und gekreuzte schwerte oder sowas wir haben einen weiteren pakt abgeschlossen zornbrechter wissen mit wem sie wie verhandeln müssen mit hafax beziehungsweise mit seinem admiral diamantes monterey naja was für eine ausgezeichnete gelegenheit dass er hier sein wird das bedeutet allerdings auch dass wir euch nicht mehr brauchen okay um blickst siehst du in die gewehrläufe von fünf balestrinas beziehungsweise abalone ja mit vorziehen er arbeitet im hinterhalt du hast dich gerade umgedreht und du merkst wie die abalone abgedruckt werden habe ich denn keine loyalen leute bei mir stehen obwohl ich denn für einen latten wo bin ich das ist der einzige die einzige möglichkeit raffin zu töten wir hoffen ist entfernung hinter alle alle treffen weißt du was aber lohnen für 3d6 plus 6 3w 6 3w 64 machen ganz normale kugel ballonen bolzen aber lohnen machen 3w 6 plus 6 sind 16 auf nächste entfernung was hast du für eine rüstung du hast ja deine kommt drauf an wo die mich treffen ich würfel dir mein kopf 20 kopf die schießen wir alle in den kopf ja gut macht auch sinn ich würde mir auch in den kopf schießen ja da wo halt nicht so gerüstet ist sie haben halt darauf gewartet dass du dich umdrehst und es knallt du siehst das fette feiste gesicht von lord nared wie er dir dann als du auf die knie singt das fernrohr aus den hinten nimmt dich noch einmal anbufft mit seinem dicken bauch und du dann zu boden gehst diamantes bestellt größe möchtest du deinen schicksalspunkt verbrennen nein nein ich meine geht raffin wirklich zu boden du kannst dir überlegen ob du deinen schicksalspunkt verbrennst während du ausbluten neben dem schwein liegt wird vielleicht später relevant werden aber ja noch blutest du aus und dieser gestank von nared erfüllt deine nase während du während alles noch schwärzer und schwärzer um dich herum wird währenddessen könnt ihr in den schleimigen gang der seuchenbringerin hin und her wandeln es ist nicht wirklich viel platz das gute ist dass die pervertierten homeria wohl in diesem deck wohl auch nicht ja sich sich hin und her tasten können weil es einfach zu wir haben es sieht aus wie muskeln die sich auch bewegen die drücken auch ihr könnt ihr die käfer um euch herum krabbeln sehen nicht nur auf dem boden sondern auch auf den köpfen an den wänden überall krabbeln sie entlang die gänge ziehen sich zusammen dehnen sich wieder aus pumpen irgendwelche weiteren flüssigkeiten unabhängig von den adern gängen von von a nach b an euch vorbei oder stinkt und wallt euch ein ich würde mich probieren ich war ja schon mal in so einer arche und ich weiß ja die flussrichtung der 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 substanzen ich würde mir über magiekunde probieren zu orientieren richtung herzen hast kann man ist das magiekunde anatomie anatomie ist das ok der boden bewegt sich in so einem rhythmischen dämonischen schlagen was ja vor kurzem auch ein weiteres mal eine arche betreten allerdings auf einer anderen sphäre und zwar der niederhöllerischen sphäre diesmal bist du natürlich in der profanen dritten und versuchst dein herz einzustellen auf das dieses dämonischen schlages hörst du dieses mosige murmeln aus dem inneren wenn du ja neben dieser dumpfen stille der der die wände flüstern immer mal wieder hängen da so ein paar brocken moos oder seetang und sie scheinen wohl mit dir zu reden sie kennen deinen namen und ja immer mal wieder gibt es abzweigungen an denen du wohl vermutlich die richtige stelle wählst um eure kleine gruppe in einer schlangenlinie nach und nach zu ziehen Aschirut hat sich mittlerweile auch von hinten eingesellt und von außen hört ihr nur noch das dumpfe schießen von kanonen den flüsternden wind der ist hier viel lauter als er sein sollte wo hast du bald hals gelassen ich konnte ihn nicht finden ich dachte er wäre an deck aber er da war er nicht also bin ich euch nach darum kümmern wir uns später ich denke dort lang ich würde nie mal in diesen engen gängen lang zu kriegen und lang zu tasten ja du willst den weg weiter nach unten du bist oben angelandet musst ins herz also in die mitte irgendwo und siehst dann wie vor dir eine der gang endet nicht aber er führt in eine erdrückende feuchtigkeit du musst also nicht nur bis zu einem rockzipfel oder den knien sondern du musst es noch weiter es ist eine klebrige substanz grünlich wabernd auch sie flüstert dir zu dieser schleim der sich wohl von den wänden löst siehst einige tote skarabeus käfer die wohl auf der oberfläche schwimmen einige andere naschen wohl diese flüssigkeit und du müsstest noch tiefer in diese flüssigkeit hinein vielleicht müsstest du sogar tauchen falls es einen direkteren weg gibt also falls wir uns irgendwie durchschneiden können dann sollten wir das auch tun das schwert schneidet sich wie butter durch die sache dann würde ich mal umgucken ob es sagen wie dem fußtasten ob es eine stelle gibt wo ich denke dass am ehesten zur herzkammer gehen würde nach unten mhm hier zeig dir mal den arm nach unten und der leute macht sich schnell schneid dir ein loch hinein ja dann ramme ich mit aller kraft das schwert in den boden und versuche dann eine luke rein zu ziehen rein zu schneiden du schneidest und wenn du tief genug geschnitten hast merkst du wohl dass es nicht nach unten weg bricht sondern nur auf der milchigen oberfläche einfach liegen bleibt und darauf schwimmt alles ist voller es ist nicht mal unten wasser es ist einfach matsch und schleim ihr dürft eine weitere konstitutionsprobe würfeln läuft es dann ab es läuft nicht ab es läuft nicht ab also ihr habt jetzt eine ebene tiefer geschnitten wo alles voller flüssigkeit ist und dementsprechend dieser deckel den jetzt ronga geschnitten hat darauf liegt dieser dieser es liegt auf auf diesem ja der deckel liegt auf der flüssigkeit auf ihr habt euch eine insel geschaffen in einem meer der ronga 18 erschwert um die schwierigkeit der krankheit ach so du hast den geraden das glaube ich nicht ja du schüttelst noch mal ein bisschen mehr von deinem alkoholischen getränk in die auf den auf den stofflappen beißt noch mal drauf wirst auch noch ein bisschen von dem flachmann selbst in deinem mund schicken und krampfhaft konzentrierst du dich nicht zu kotzen nicht zu brechen ist das noch breit oder durchmangel genug dass man durchtauchen könnte also du musst den deckel du musst den deckel einmal abnehmen hochziehen neben dich legen und dann kannst du in diese in diese milchige flüssigkeit reintauchen ja und mit dem mit dem säbel halt probieren raus zu hebeln und diesen deckel dann mit fußballer verschieben und dass ich jetzt in hier ein kopf in hier von dieser flüssigkeit ja tauchen musst du trotzdem oder du brennst das irgendwie weg aber ja irgendwie schon nach hinten auch für die seite aber wir müssen nach unten wir müssen nach unten aber wir müssen durchtauchen durch diesen dreck aber dann verschwindet das wasser ich hoffe es wir werden sehen entweder das wollen wir ertrinken wir nach ich würde dann kopf über diese diese drüber ein land tauchen und mich unter darunter tauchen schwimmen ja mal okay dann geben wir mal eine schwimmprobe plus 15 es ist doch kein problem oder also ich hätte es geschafft es ist es ist nicht das problem dass also du musst natürlich auch dich zurecht finden wenn willst du die augen offen lassen wahrscheinlich nicht du musst dir irgendwie zumachen ja nicht schwimmen oder ja trotzdem ist es auch schwimmen in dieser klebrigen substanz den da unten den die luft anzuhalten du wirst hier vielleicht nicht ertrinken aber vielleicht schluckst du ja das wasser ich probiere es mal ich glaube ich das schaffe aber ich probiere es mal währenddessen habe ich ja gesagt ich bewege mich ins nachbarhaus also ich lasse den zauber fallen sobald die geister da weg sind und gehe ins nachbarhaus und fange dann mit dem feuersturm zauber ja du siehst bisher sind zahlreiche geister piraten weiterhin vorgedrungen in die stadt auch viele von den seeleuten die sind aber vor allem in richtung des marktplatzes also für dich nicht zu sehen du siehst wie jetzt viele zornbrechte von der burg in die mitte laufen und dort wohl auch unterstützen da scheint rafib eine gute arbeit zu machen und da seine leute gut zu kommandieren und während du das siehst kannst du erkennen wie am hafen weit entfernt noch aber die schiffe sind jetzt angelandet und es strömen eine unzahl von piraten auf die stadt ein optimal ich würde sie kommen lassen sobald die ersten piraten hier so sind also ich fange natürlich mit meinem zauber an ich lasse mir zeit mit dem zauber der e10 aktion also ich time das alles ja würde ich den zauber dann schön hier in die mitte packen so dass alle vier häuser blöcke mit betroffen sind und ja dann geht das brennen los denn es sind ja überall die kanäle angelegt die das ganze feurige fest verteilen ja was du auf alle fälle noch sehen kannst das dauert eine ganze lange zeit weil jetzt zum allerersten mal auch die fallen richtig ausgelöst werden die gruben die nach unten stürzen mit irgendwelchen stacheln noch ausgekleidet teilweise irgendwelche stiefel die dann abgetrennt werden gemeinsam mit dem fuß der noch darin steckt so dass dann eben nach und nach die piraten auch einige zeit brauchen irgendwann stürmen sie dann durch die häuser hindurch kannst du dann unter dir wüten hören wie sie dann noch weitere wachleute treffen die sich da verschanzt haben auch eine gekorge weite die schermützel gehen weiter und dann nach und nach verdingen sich die piraten in die ins innere der stadt wo sie dann auch die barrikaden treffen und du sie in einem feuersturm gefangen nehmen kannst muss natürlich aufgeregt dass du die zornbrecher nicht die zornbrecher nicht erwischen das gehört mit dazu zur noten alles klar ja du musst den vulkan gott von sorak musst du befriedigen und du musst du musst du musst du musst du musst du musst Vielen Dank.